Im heutigen Video wollen wir Ihnen unser neues, streulichtabweisendes, kontrasterhöhendes Leinwandtuch CineGrey 5D vorstellen. Im Heimkino erwarten wir die gleiche Bildqualität wie im Kino, auch bei Räumen, in denen wir nicht komplett verdunkeln können oder wollen. Das Bild soll hell und kontrastreich sein, egal ob im Raum viel oder wenig Licht ist. Gleichzeitig erwarten wir von unserer Leinwand, dass sie auch 3D-Bilder perfekt wiedergibt. Das CineGrey 5D-Tuch wurde genau für diese Anforderungen entwickelt. Es ist in der Lage, das Licht vom Projektor optimal zu reflektieren und gleichzeitig das Licht von anderen Lichtquellen zu absorbieren. Dies wird durch zwei übereinanderliegende Beschichtungen erreicht. Die vordere Beschichtung hat einen Gain-Faktor von 1.5 und bündelt das Licht des Projektors in die Richtung des Betrachters. Die hintere Beschichtung hat einen leichten Grauton und verhindert so das Auswaschen des Bildes und erhöht den Schwarzwert. Die Beschichtungen sind so aufeinander abgestimmt, dass der Originalfarbton erhalten bleibt und das bei allen Raumbedingungen. Das Tuch reflektiert Licht, das aus einem bestimmten Winkel auftritt. Optimal, wie zum Beispiel vom Projektor. Lichtquellen, die in einem steileren Winkel oder seitlich einstrahlen, werden dahingegen nur schwach und im gleichen Winkel abgestrahlt, sodass sie nicht von unseren Augen wahrgenommen werden. Daher wird das CineGrey 5D-Tuch auch als ein tageslichttaugliches Leinwandtuch unter Fachleuten auch als Ambient Light Reflecting, kurz ALR-Tuch bezeichnet. Zusätzlich hat das CineGrey 5D polarisierende Eigenschaften, sodass es auch für passiv 3D-Projektionen verwendet werden kann. Alle diese positiven Eigenschaften finden sich in diesem neu entwickelten Leinwandtuch wieder. Zudem überzeugt das Elite Screen CineGrey 5D, aber vor allem durch sein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis im Vergleich zu anderen Ambient Light Reflecting Leinwandtücher. Wir bieten das Leinwandtuch zudem nicht nur in unseren Rahmenleinwänden an, sondern auch in der motorisierten Saker Tension Leinwand-Serie. Dies ermöglicht eine einfache Intimation in Ihrem Wohnzimmer und bietet ebenso ein konkurrenzloses Preis-Leistungsverhältnis. Machen Sie sich am besten persönlich ein Bild von diesem Leinwandtuch. Sie finden Elite Screens Leinwände im ausgesuchten Fachhandel und natürlich im Internet unter dem www.shop-elichscreens.eu. Elite Screens – Markenqualität für große Bilder.